So, erstmal ein bisschen Werbung. Till, Hand aufs Herz, was wirst du mit 30 Millionen anfangen? Oh Gott, Wahnsinn. Okay, ich würde mir eine Fender Telecaster von 1952 kaufen, auf jeden Fall. Dann würde ich meiner Frau irgendwas Schönes schenken und dann würde ich auf jeden Fall eine soziale Stiftung gründen. Das würde ich auf jeden Fall machen. Und es gibt einen Weg, da hinzukommen. Vielleicht nicht direkt 30 Millionen, aber auf jeden Fall eine Menge Geld. Es geht hier heute nämlich um die NKL-Lotterie, die norddeutsche Klassenlotterie. Ja, und da sind wir schon bei der 148. NKL-Lotterie. 400 Gewinne von eine Million und mehr Sachgewinne wie Häuser, Autos, Gold. Höchstgewinn 30 Millionen. Und da haben wir die 30 Millionen. Hammer, ne? Die Lotterie geht über sechs Monate und das Beste ist, die Gewinne steigen von Monat zu Monat. Ja, und die Chance auf den Höchstgewinn ist 1 zu 45 Millionen 724.737. Und das kann ich dir sagen, die Gewinne sind staatlich garantiert. Das ist geil. Man denkt ja immer so, ob ich da was gewinne. Aber die Trefferchance pro Los liegt bei über 50 Prozent, wenn man an allen sechs Klassen teilgenommen hat. Wann geht es denn los mit dieser Lotterie in diesem Jahr? Und da hast du ein gutes Wort ausgesprochen. Start der Lotterie ist ab 1. April. Lose gibt's auf nkl.de slash gewinnen. Spielteilnahme natürlich ab 18. Und Leute, nicht vergessen, Glücksspiel kann süchtig machen. Infos findet ihr aber auch da auf nkl.de slash Glücksspielsucht. Zur Sicherheit haben wir natürlich das alles noch in den Shownotes. Aber ja, das hört sich verdammt gut an und seht zu, dass ihr dabei seid bei der NKL Lotterie. Und los geht's. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Es läuft, es läuft, es läuft, es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Wie ist es dir denn nur ergangen? Wie ist es dir denn nur ergangen? Ah, ich hab mich vor Freude verschluckt. Ja, muss ich hier schon. Mir ist es soweit ja ganz gut ergangen. Aber wie ist es denn dir ergangen? Bist du wieder geheilt? Ja, ja, ja. Ich bin wieder geheilt. Was haben mich Kim Jong-il oder wie heißt der nochmal? Nee, Un? Je nachdem, wie du meinst. Der Aktuelle. Und viele andere haben sich bei mir... Meinst du das sympathische, demokratisch gewählte Oberhaupt von Nordkorea? Ja, ähnliche und ähnliche Leute haben durchblicken lassen. Sie hätten Interesse daran, dass es dir wieder gut geht. Putin stand zeitweise vor einem Krieg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und du bist schuld. Da werden einige jetzt schon wieder sagen, oh, darf man, uh. Ja, vor allen Dingen du. Wieso? Was ist denn mit mir? Habe ich daran schuld? Ja, du bist doch der Zensor. Du wirst ja nicht umsonst der deutsche Putin genannt. Wieso das denn? Das ist mir völlig neu. Ja, müssen wir da ja immer drüber sprechen. Musst du dir bis dahin noch was einfallen lassen? Warum? Nee, hier steht eine ganze Liste. Ich muss nur gucken, was ich weglasse. Weil ich dich nicht für immer verlieren will. So, ich freue mich jetzt schon. Gut, dass du mir gestern auf die Sprünge geholfen hast. Dass da was Hanebüchenes mal rumkommt, ist mir natürlich völlig klar. Und damit, meine Damen, wenn wir schon bei Hanebüchen sind, dann grüße ich den einzigen Gelenk-Omnibus unter den Erotik-Darstellern. Denn er schaltet selbst bei abknickender Vorfahrt noch einen Gang höher. Ich grüße den Fadenschreiber der Begierde, die Tachonadel der Erregung, den Drehzahlmesser der Ekstase, das Handschuhfach des Interruptus, den Handtuchhalter des gepflegten Saunavorspiels, den Aufruß der vollendeten Wollus, den Maulwurf im Hades, der Vulva-Terra, den doppelten Rittberger, Atze-Scheuder, meine Damen und Herren. Sehr schön, danke, danke für diese hormonelle Begrüßung. Du siehst, es wird Zeit, dass es Wochenende wird. Ja, ja, ja. Ich habe zu viel Zeit, nachzudenken. Ja, vor allem kam mir direkt auch schon wieder die Idee, dass du noch eine Gemeinsamkeit hast jetzt mit Putin. Ja. Weil man vermutet ja, dass er Steroide gespritzt hat. Vor allem nach der Rede in der Durma gestern. Oha. Ja, der ist auch on fire. Ja, aber du weißt ja. Kannst du ihn ja nicht mal anrufen. Ja, aber du weißt doch, dass ich jetzt mittlerweile schon Mittel bekomme, damit das einfach runtergeht. Ja, genau, damit die Hunde aufhören, an deinen Beinen zu lecken. Bei deinen wohlverdienten Spaziergängen. Ganz genau, damit sie sich nicht immer um meine Beine streichen. Ja. Es ist, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich hatte ganz andere Sorgen dieses Jahr. Ich habe, ich weiß gar nicht, das war ja dieser schreckliche Eiskunstlauf-Drama. Was war da los? Ach, es waren olympische Winterspiele, ne? Ja, ja. Wo dieses 15-jährige Mädchen doch da in der Kür und dann ist sie doch da. Und dann habe ich zurecht eingeschaltet, als Kathi Witt in Tränen aufgelöst gesagt hat, da hätte sich jemand rausnehmen müssen. Da hätte sich jemand einfach in den Flieger setzen müssen und nach Hause schicken müssen. Das darf man doch nicht machen mit sowas. Also ich komme jetzt richtig hier. Ich muss, ich richte mich gerade auf. Und ich hatte sofort ein Kloß im Hals. Ja. Und habe dann noch darüber nachgedacht, dass ich schon als Kind völlig fasziniert von diesem Eiskunstlauf. Mein Alter war ja auch so ein Typ, der hat einfach alles geguckt, was mit Sport zu tun hatte im Fernsehen. Tatsächlich wusste ich gar nicht. Das war ihm scheißegal. Es konnte Eiskunstlaufen sein, es konnte Traubenschießen sein, es konnte Kernweitwurf, Olivenknickern. Scheißegal, noch so skurril, wenn es sportlich war, hat mein Alter davor gesessen. Was war mit Synchronschwimmen? Auch. War er dabei? Alles. Dann Turnen, junge Lettinnen an den Keulen. Wer sieht sowas nicht gerne? Oder auch hier so tanzen, tanzen irgendwie, Formations-Tänze und was weiß ich. Es war ihm egal. Und ich habe als Kind nie begriffen, wie man Eiskunstlauf gucken kann. Es hat einfach, ich weiß es nicht, man hat natürlich einfach drauf geguckt, weil das Fernsehen an war. Aber dann ist die Fantasie natürlich bei mir doppelt immer durchgegangen. Beim Namen, da probiert sie einen doppelten Rittberger. Da hatten sie dich. Kannst du dir natürlich vorstellen, es ist schon leicht wuschig geworden. Ja, natürlich. Mit meinen aufkommenden hormonellen Problemen. Ab zwölf. Ja, ich wollte auch gerade den Zwölf ins Spiel bringen. Und dann waren es ja immer, und dann ist es natürlich völlig mit mir durchgegangen, der doppelte Axel, der Rittberger, der Salcho. Und jetzt wagt sie den Flip, den Lutz, den Tulop. Und wusstest du, wusstest du, dass der doppelte Axel, der Rittberger und der Salcho zu den Kantensprungen gehören, während der Tulop, der Lutz und der Flip getippte Seitensprünge sind? Nee, getippte Sprünge nennt man das. Ja, getippte Seitensprünge klingt für mich aber noch viel besser. Mal abgesehen davon, dass ich gestern einen Lutz getroffen habe in Berlin. Ja. Und ja, meine Mutter war so eiskunstlaufbegeistert und im Alter von zwölf, bei mir also auch, entdeckte ich dann auch, dass da sehr kurze Röcke getragen wurden und durch die Schlitzschuhe mit den Kufen kriegen die Beine ja auch mehr Länge. Für die Kameraden. Ja. Und als meine Mutter dann meinte, hast du nicht Lust, mit zu Holiday on Ice in der Halle Münsterland zu kommen? War ich natürlich begeistert dabei. Ich hatte richtig einen Kloß im Hals vor Erregung. Du bist das perfideste, du bist wirklich der mieseste Lüstling, den ich kenne. Ja, aber sagen wir mal der zweitmieseste. Zu Holiday on Ice, das gibt's doch gar nicht. Und es hieß dann immer, Denise Bielmann ist dabei. Denise Bielmann. Oh, von der Bielmann-Pirouette. Die Bielmann-Pirouette. Und dann, naja, sie war dann auch da. Also toll, war toll gemacht. Ich wusste ja gar nicht, dass sie so eine Eisfläche herstellen können in Halle Münsterland. Und Norbert Schramm war dabei. Ah. Und da dachte ich damals schon, ey, mein Gott, die lachen dann ja immer so bei diesen Show-Vorführungen. Es wird gelacht. Und dann gab's auch Zwerge auf Eis und so ein Show-Programm halt. Ich hab gedacht, da kommt nur Denise Bielmann, die macht ihre Pirouette, verabschiedet sich artig und geht wieder nach Hause mit Norbert Schramm. Du meinst aber Kleinwüchsige, meinst du, nicht? Ja, Lilliputana. Zwerge. Hilfe. Oder schneidest du mich das hier wieder raus? Ich? Das darf einfach überhaupt nicht wahr sein. Er schneidet und schneidet. Aber darauf kommen wir später. So, und das hat ja irgendwie unsere Begeisterung fing doch schon an. Wir sind ja jetzt, das hat sich ja rumgesprochen, keine 25 mehr. Ja. Wie hieß denn noch? Marie Bäumer? Ah, Hans-Jürgen Bäumler und Marie Kacilius. Marie Kacilius, Hans-Jürgen Bäumler. Das deutsche Eiskunstlauf. Traumpaar. Traumpaar. Und ich habe sie noch mal im Kölner Treff getroffen. Ach. Und war aber auch schon, ich glaube, sie lebt ja auch noch, aber sie ist nicht mehr ganz so jung, die war aber auch schon so Mitte 70, hatte, kurz vor Körper, kurz vor Körperwelten. Genau. Günther von Hagen hat schon die Plastinationsspritze aufgezogen. Genau. Der hatte schon so zwei Klinikpackungen mit Formaldehyd dabei. Und ja, sie saß da und hatte aber so Pöms an, das wird dir gut gefallen, High Heels. Früher sagte man Pöms, heute High Heels. So mit 12, 13 Zentimeter Hacken und natürlich Wiener 1. Und das war natürlich dann auch irgendwann ein Thema. Die Böttinger sagte, sagen Sie mal, so diese langen Pinne, können Sie denn da drauf noch laufen? 1 sage ich Ihnen mal, sagte sie dann. Ja. Ganz klar. Also es gibt keinen Grund für eine Lady, sich in irgendeiner Art gehen zu lassen. und das Zweite ist, meine Mutter hat mir schon den Tipp gegeben, Mädchen, bist du einmal unten, du kommst nie wieder hoch. Das heißt, sie hat zeitlebens immer hohe Hacken getragen, weil sie wusste, wenn ich jetzt einmal so auflässig mache, da komme ich nie wieder dahin. Wenn du einmal im Sumpf des Birkenstock Fußbettes versunken bist. Da war die ganze Verachtung schon drin. Ja, sehr schön. Das gibt es ja gar nicht. Das macht sie mir sehr sympathisch. Ansonsten kann ich nur sagen, ey, Holiday on Ice, ey, da gehst, aber so bist du. Du gehst dahin, wo es weh tut. Ey, ich war begeistert, ehrlich. Schreckst von nix zurück. Nein, ich war wirklich begeistert. Zum Ausgleich ging mein Vater dann so ein halbes Jahr später mit mir zu Deep Purple in derselben Halle, wo dann Schilder aufgestellt waren, die vor der Lautstärke waren. Oh, oh, oh. Ja, das habe ich zuletzt bei Gary Moore gesehen. Ja, zu Recht. Da war er schon, er hatte eine Tournee absagen müssen aus Krankheitsgründen. Das hat ihn sehr viel Geld gekostet. Und daraufhin hat er nicht nur seine berühmte Les Paul verkauft, die jetzt heute Kirk Hamid spielt, sondern er spielte sogar in Datteln in einer Sporthalle. Ja. In so einer Multihalle. Und da hing überall, so an der Wand hing, wem es zu laut ist, kriegt sein Geld zurück. Und ich kannte den Tonmann und der meinte, der hört nur noch mit dem Brustbein. Ja, ja, ja. Da geht's zur Sache. Aber wir wollen uns nicht in Musik verlieren. Nein, nein. Übrigens, die Musik war auch gut bei Holiday on Ice. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Da war viel Operette im Spiel. Ey, das ist aber auch ein Name, den hat man so vergessen. Ja, oder? Holiday on Ice. Ja, ja, ja. Und da haben sie alle nochmal so ein bisschen, die jetzt dann aus dem Geschäft raus waren oder die bei Olympia nicht mehr Weltmeisterschaften nicht gestartet sind, da haben die alle nochmal ein bisschen Kohle abgegriffen. Ja, ja, genau. Die haben sich dann Namen gemacht. Damals konnte man ja auch im Wintersport als normaler Athlet nicht viel verdienen. Aber dann hatte man den Namen eben, die Bielmann oder der Schramm, und die gingen dann auf Tournee. Ehrlich. Ja, oder? Toller Cranston ist auch so ein Name, den ich nie vergessen habe. Ja, das ist die, der sie die Kniescheibe zertrümmert haben. Nee, die hieß Tonja Harding. Ja. Toller Cranston war doch ein Eiskunstläufer, glaube ich, ein kanadischer. Ach so, okay. Und der hatte die Kniescheibe nach wie vor vorne und das ist ja auch beruhigend. Ja, vor allem beim Eiskunstlaufen. Ja. Ja, und jetzt glänze ich ab und zu mal, habe ich mir schon vorgenommen, den nächsten Mal einfach mal auf Partys und werde einfach sagen, die Sprünge, die vierfach gesprungen werden, sind ja der Tulop, der Salchow, der Lutz und der Flip und der Rittberger. Ich wollte es, weißt du, und dann einfach so das, und dann ruhen die Augen so auf mir, so voller Neid, was er alles weiß. Unglaublich. Ja, ja. Da werde ich viel Eindruck, mit diesem Basiswissen werde ich viel Eindruck schinnen. Ja, und dann irgendwie so hinten dann so ein vernichtenden Satz, Eiskunstlauf hat heute ja nichts mehr mit Eiskunstlauf zu tun oder irgendein Allgemeinplatz. Ja. Und dann einfach weggehen. Ja, oder wovon Sie reden, mein Lieber, sind getippte Sprünge. Ich rede von den Kantensprüngen. Aber wir können uns auch lieber wieder über Bratwürste unterhalten, wenn Ihnen das lieber ist. Da scheinen Sie mehr von zu verstehen. Oh mein Gott. Welchen Lutz hast du denn in Berlin getroffen? Lutz Wimmer. Sagt mir nichts. Was ist da los? Keine Ahnung, was der beruflich macht. Der heißt einfach Lutz. Er sieht auch aus wie ein Lutz. Ja. Und das ist ja vielleicht das Schönste, was man über einen Lutz sagen kann. Ja. Genau. Egal ob vierfach oder nicht. Aber jetzt... Auch die Knie kaputt. So. So. Und jetzt lass uns doch mal zu Putin kommen. Bitte. Ja. Der sechs Meter weiße lange Tisch, der muss bei uns ins Wohnzimmer. Das kann ich dir schon jetzt schon mal sagen. Ja. Da stellen Sie echt die Frage, ja, bei euch passt es ja, ne? Bei euch passt er rein. Bei uns passt er rein. Er geht dann von West zum Südflügel über den Ost- und Nordflügel. Ja. Ist das nicht großartig? Ich stelle mir gerade so vor, wie er morgens so geweckt wird. Die Vorhänge werden so im putinschen Schlaf gemacht, werden die Vorhänge zurückgezogen. Es kommen so zwei Diener rein, Tablett mit Tee. Ja. Ein bisschen Borsch oder was weiß ich, was man da so morgens zum Frühstück, was Vladi so gerne mag. Und dann sagt der Diener so, edler, wie müsste man ihn ansprechen? Edler Herrscher, unendliche Weisheit, eure durch... Zar, Zar Wladimir. Ja, Zar, Zar Wladimir, Zar Wladi. Die Amöbe von Scholz kommt heute zu Besuch. Was, wo sollen wir, was ist denn angedacht? Wo setzt ihr euch hin? Und dann überlegt er kurz, geht sich über die Stoppeln und sagt, wir hatten doch mal, da gab es doch mal... Ja, 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 habe ich auch gedacht. Habe ich auch gedacht. Aber der Tisch, der war schon oft im Einsatz, wie ich jetzt recherchiert habe. Ehrlich? Ja, 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 da haben sie alle schon gesessen. Über den Tisch wurden schon alle gezogen und über den Löffel barbiert. Ach, sagst du, das ist ja schon hier zu Stalins Zeiten. Khrushchev hat die... Ja, den Tisch hatte man. Und Putin hat ihn aber bestimmt vor zehn Jahren schon eingesetzt. Und da hat so mancher... Als er die Les Humphry-Stingers empfangen hat oder was, ja, da wurde es teilweise ein bisschen klein. Aber da war Jürgen Dreefs ja auch noch dabei. Andererseits, ja, da hat Bukassa schon gesessen. Ach, ja, ja, ja. Und, ja, aber dem kam das nicht besonders groß vor, übrigens. Ach so. Der dachte, es wäre ein Bistro-Tisch. Das kann ich mir nicht gut vorstellen. Hat sich in seinem ganzen Leben noch nie so gedemütigt gefühlt. Ja, aber so stelle ich mir immer das große Frühstück vor beim Zimmerservice. Ja, ich habe diesen Tisch auch schon mal gesehen. Und zwar beim kleinen Lord. Der kleine Lord. Da saß der Öl von Dorincourt, gespielt von vom großen Elle Guinness auch, ja, ganz am Ende. Und da war das auch so ein langer Tisch. Und da siehst du, dass diese Autokraten sich gerne mit solchen langen Tischen umgeben. Ja, vielleicht ist es ja auch Sparsamkeit. Dass er gesagt hat, komm, der Zar hat das Ding da irgendwo noch stehen gehabt. Nikolaus. Und dann nehmen wir das Ding wieder. Ja, aber wir können jetzt bei Ikea einkriegen für 700 Euro. Nix da. So, jetzt du fährst los. Sergei, komm mal her. Pass auf, wir haben doch hier in Moskau diesen Baumarkt. Da holen sie jetzt mal schön 20 Liter Farbe. Und dann jauchen wir den über. Das merkt doch kein Mensch. Ja. Aber wenn du genau darauf achtest, neben diesem Riesentisch steht noch so ein kleiner Bistro-Tisch in der Ecke. So mit zwei Stühlen. Und ich glaube, wenn die Presse weg ist, dann setzen die sich da an die Ecke und trinken noch mal kurz lang. Ja, oder zumindest Vladi setzt sich da hin, legt die Füße auf den anderen und sagt einfach, Olaf, du kannst stehen. Ja. Die Bilder erzeugen. Ja, ich glaube ja auch, dass so manche Ehefrau auf so einem Tisch neidisch ist. Und sich auch, du weißt das ja, im Laufe so einer guten Ehe. Da ist es ja auch, guck mal, wenn du dann morgens beim Frühstück sonntags ihm nicht zugucken musst, ne, denn, du weißt ja, wir haben das ja schon mal geschrieben, ne, du musst, du musst ihn ja auch so ertragen, wie er ist. Ja, oder er sie, er sie. Ja, guck mal, gerade beim Frühstück, diese Widerwärtigkeit, dieses mit offenem Mund kauen, dieses Sabbern, dieses ewige Nase hochziehen, der gelbe Nikotindaumen, mit dem er sich abends ganz romantisch an der Pauperze fummelt, dieser Vollnisgestank aus dem Mund, das ist, das muss man ja auch wollen, ne, und wenn du jetzt demnächst an den... Man muss aber auch die Schwächen lieben. Ja. Man muss... Ja, man muss... Was habe ich denn jetzt noch gehört? Äh, mich, äh, boah, ich komme... Aber wenn du an so einem Tisch sitzt, dann musst du dir das alles nicht mehr antun. Ja, es gibt ja Männer, die sagen, boah, ich wurde in der Firma den ganzen Tag so angeranzt, ich habe zu meinem Chef schon vorsichtshalber Schatz gesagt. Ne, oder aus Gewohnheit. Ja, und, äh, ja, das sind, das sind die Ehen, ne? Ja. Ja. Aber wie gesagt, man muss auch die Schwächen lieben. Mhm. Ach, verdammt nochmal, Aber wenn du gerade Frühstück sagst, ey, das ist mir ja gestern mal wieder aufgefallen beim Frühstück, hast du erst mal Honig am Finger, also du kippst, äh, in den Tee oder so, kippst noch ein bisschen Honig mit rein, und du bist sicher, du hast nichts abgekriegt von dem Honig, aber irgendwo klebt so ein bisschen, und hast du ihn erst mal irgendwo am Finger, dann versuchst du den ja noch, ohne aufzustehen, und zur Toilette zu gehen, versuchst ja irgendwie die Hände wieder unklebrig zu machen, ne? Ja. Und es klappt nicht, es klappt nicht. Du kannst, musst aufstehen, du musst dir die Hände waschen, du hast sonst keine andere Chance. Hast du erst mal Honig an den Fingern, hast du verspielt. Ist alles zu spät, und vor allen Dingen, dann kommt ja erst mal der Griff zur Servierte, oder zur Kückenpapierrolle, da passiert aber nur Folgendes, und zwar bleibt ein Fetzen von dem Papier dann auch noch auf deinem Daumen. Ja, genau. Also auf dem Daumenstück, dann reibst du das wieder irgendwie fusselig runter, und es hilft trotzdem nicht, der Daumen bleibt klebrig. Ja, du hast keine Chance. Nein, Honig ist, ich kenne eigentlich, ich kenne nichts Mieseres als Honig, schon die Indianer, die Indianer, oh Gott, Schnitt! Nein, hier wird nicht mehr geschnitten, das sage ich dir gleich. Schon die Indigenen, ja, ja, die Indianer, haben, da gibt es glaube ich auch so eine Folterart, mit Honig begießen, und dann warten, bis die Ameisen kommen, und fesseln, also fesseln, an allen vier Gliedmaßen, und dann Honig drüber träufeln, und dann die Ameisen ans Werk lassen. Das wird aber, ich glaube, bei Joy Club, wird das als besonders erotische Praktik angewiesen. Ach, echt? Ja. Was ist denn der Joy Club, wenn ich mal nachfragen darf? Du bist doch Spiegelleser, oder nicht? War doch ein riesen Artikel über Joy Club jetzt. Nee, hab ich noch gar nicht gelesen. Ja, 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 ja. Du, sorry, ich bin meistens im Politikteil unterwegs. Das ist klar, Ja, was du da so treibst, das wird wirklich langsam politisch, zumindest für die Nachbarschaft. Joy, nee, bitte klär mich auf, was ist der Joy Club? Ich will das jetzt nicht reden. Joy Club ist ein Portal, wo sich Menschen, die, ja, eine sehr lockere Einstellung zum Sex haben, also den Sex nicht so exklusiv betrachten, also die gehen auch mal mit anderen treffen. Ach so, also nicht wie in der Ehe, also, also doch. Lebensende mit drei Buchstaben, Ehe hieß es, ne, früher. Ja, ja, so hieß es früher, genau. Heiratung, du lachst dich kaputt, sagte mein Alter immer. Aber, ja, also es ist ein Portal, wo sich so Gleichgesinnte, die sehr viel Spaß am Sex haben, treffen. Ja. dann kann man da über jeweilige Annoncen eben jemanden suchen, der jetzt vielleicht so die gleichen Schwerpunkte auch teilt. Aber, äh, das ging natürlich jetzt die letzten zwei Jahre nicht, jetzt geht es langsam wieder los. Die machen auch Partys, die machen so Erotik-Partys, wo man dann so in erotischen Sachen auch aufläuft. Teilweise sind dann tausend, tausend, fünfhundert, zweitausend Leute da. Och. Und man tanzt dann miteinander, die haben aber wohl ziemlich geile DJs. Ich erzähle jetzt das, was ich noch von dem Artikel behalten habe. Ja. Und, äh, ja, es geht zur Sache. Also einmal so im Privaten, wenn man sich irgendwo verabredet, aber eben auch auf diesen Partys. Und das ist erstmal ein Riesengeschäft. Und zweitens machen da Millionen mit. Und das hat mich so erstaunt. Ja. Ich weiß nicht, ob du irgendwo im erweiterten Bekanntenkreis Swinger hast, die mal so, manche Leute haben ja eine sehr lockere Einstellung und erzählen auch so davon wie, äh, vom Tischtennis sozusagen, ne? Ähm, ich kenne nur, ähm, tatsächlich im weiteren Bekanntenkreis kenne ich tatsächlich nur, äh, von, äh, Freunden wiederum, äh, die Eltern waren da wohl mal aktiv. Ja. Aber, ja, Gott, äh, das, ja, man hört das so, aber ich hab da auch keinerlei Vorstellungen, äh, ich, ich kann da wirklich nichts zu sagen, weil, nee, aber, äh, ich, ich hab da jetzt auch nicht so ein Interesse, äh, aber, du kannst, also ich kenne nicht wirklich welche, muss ich sagen. Du kannst in Deutschland, äh, wohl fast die Gesellschaft aufteilen, in, äh, 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 Menschen, die so da ihr Interesse haben und die anderen, die sich das überhaupt nicht vorstellen können. Ja. Fand ich, also wenn du den Artikel nachher findest, dann lies ihn mal durch, da steht dir der Mund offen, wirklich, Wahnsinn. Also, äh, für alle Cousinen, die Erfahrung haben und schon mal bei Joyclub auf den Partys waren oder da die Kontakte nutzen, äh, schreibt uns gerne mal eure Erfahrungen dazu. Ja, das würde mich auch wahnsinnig interessieren, äh, was, was macht man so da, was, was sind da für Freaks? Ist das, äh, gibt's da irgendwelche, gibt's da so ein Knigge? So irgendwelche Sachen? Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ich weiß jetzt aber nicht, was, was was bedeutet. Ja, wie zum Beispiel Birkenstock sind verboten oder? Man kann, glaube ich, es gibt eine scharfe Tür, das heißt, man muss schon entsprechend gekleidet sein. Ja. Ich glaube auch, äh, eben geschmackvoll, also so wie, wie wir so die aus den 80er, 90ern von RTL noch die Swingerclubs kennen, da hat da irgendwo in der Ecke einer mit Zigarre sitzt, Dreifachkinn und eine Harley-Mütze und sagt, äh, da guck mal hinten meine Frau, wenn die einen Dicken sieht, dann muss die hin, da geht die ran, da geht die wie Max an der Graupen. Denn so waren ja früher die Reportagen immer auf RTL und RTL 2, aber haben wir ja schon mal drüber gesprochen, über unsere Weihnachtsfeier im Swingerclub. Das muss wohl ja auch ein sehr exklusives Publikum sein und, äh. Die gelangweilte, die gelangweilte, feine Gesellschaft, ist das so vielleicht? Das ist, na, ist das schon, ist das schon die Dekadenz, in der unsere Gesellschaft abdriftet? Ist das schon dieser, dieser Neroismus, dass man gelangweilig auf der Orgie ist und, und sich die Weintrauben und schon gar nicht mehr weiß, wie man, ist das schon, vor Stufe Caligula? Ne, ich glaub, das sind so richtige Party-People auch, ne? Ah ja, okay. Und wie gesagt, da legen auch richtig angesagte DJs auf, das sind gut organisierte Partys. Ja, also das ist noch so terra incognita, aber da werden wir mal ein bisschen Licht reinbringen. Ich finde das absolut faszinierend, dass jemand das so, das auch so auslebt. Ja, ich finde, was ich daran fasziniert finde, ist so, das ist ja alles schon gut, aber ich habe manchmal wirklich den Eindruck, als ob, als ob sozusagen diese, ja, wie kann man, als ob wir wirklich so kurz vor, vor, weißt du, früher hat man immer gesagt, meinst du den Tanz auf dem Vulkan? Ja, die Dekadenz, tatsächlich, das Römische Reich ist daran zugune gegangen, weil es ihm, jetzt mal ganz pauschal gesagt, weil es ihm zu gut ging, weil irgendwann nur noch die Reichen damit beschäftigt waren, irgendwie Orgien zu feiern, ihren Reichtum zu mehren, das Volk hat gedarbt. Kommen wir immer mehr dahin, dass uns, dass uns so noch das Vergnügen letztendlich wichtig ist? Oder ist das, oder was ist das? Ja, das hat man aber in den 70er Jahren auch gedacht, als ja der große Aufbruch stattfand. Als der große Hedonismus gelebt wurde. Ja, als das Wort Hedonismus überhaupt mal auftauchte, Gott sei Dank. Ja, ich glaube, so einfach kann man es sich an der Stelle gar nicht machen. Das sind, ich meine, es gab ja lange diese großen Raves auch. Daraus sind ja die großen Festivals hervorgegangen, Tomorrowland und wie sie alle heißen. Und es gibt eben so eine Partygemeinde, die dann eben auch Schwerpunkt Sex hat, die da im exklusiven Kreis auch jetzt nicht so eyes wide shut oder so, sondern richtig gute Partys auch feiert. Ich war noch nie auf so einer Party. Wenn ich die Gelegenheit hätte, so wie im Swingerclub mal so ganz als neutraler Beobachter, internationaler Beobachter, die Spiele zu bewerten, dann wäre ich gern dabei. Ich selber hätte jetzt nicht so einen Bock da drauf, aber was man so hört, scheint das da ganz nett zu sein. Ja. Naja, auf jeden Fall, ja, naja. Die gehen wohl alle ziemlich gut miteinander um, vor Ort. Ja. Und ob es da irgendwelche Codewörter oder Handzeichen gibt, im Ruhrgebiet würde ich mal sagen, auf den geheimen Code, ey, nimm die Flossen da weg, da könnte man drauf schließen, dass man da jetzt besser woanders weitermacht. Nur einmal, ich zieh dir eine, ja. Genau. Freundchen. Ja, faszinierend. Ich habe neulich noch irgendwie, weiß ich gar nicht, bei Funk oder wo das, oder habe ich das im Radio gehört, wo darüber debattiert wurde, dass bei der Jugend auch teilweise jetzt zum Beispiel so ein Gegentrend zu viel mehr Prüderie zu erkennen ist. Ja, ja, ja. Weil die eben halt teilweise schon mit zwei Jahren zwölf Jahren Pornos gesehen haben auf den, auf den Handys und was weiß ich nicht noch alles, weil ja alles zur Verfügung stand. Ja. Ich meine, wir, wir haben das ja auch hier oft schon sehr, ja, ja, oft betrachtet, dass für uns eine entblößte Brust im Fernsehen schon, schon das Maß der Dinge sein konnte, wo man gedacht hat, ey, glücklicher kann ich heute nicht mehr werden. Ja, 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 genau. Mit, mit, mit 14, 15, wo natürlich heute keiner mehr, ähm, das ist ja schon die Duschwerbung von Faso ungefähr. Ja, ja. Die hat uns ja schon aus dem Gleichgewicht gebracht und die sehen heute natürlich alles, was sie wollen, ne? Ja, ja, und deshalb, so, ich hatte ja Eingangsholiday und Eis, für mich war das eine Sensation, ohne Scheiß. Ja. Warte, ich hab's jetzt gerade gefunden hier. Ja, war man erotisch ausgelastet, sei es nur mit Gedanken. Ja, voll, so viel konntest du gar nicht trinken, dass der Hals nicht trocken wurde, ne? Also, ich lese mal eben hier die Überschrift von diesem, ich hab den Spiegelartikel jetzt gefunden, Ah ja. Nur jetzt für alle, du eingeschlossen, dann könnt ihr da mal, es sind Millionen Mitglieder, sie verabreden sich zum Feiern, Sex und Erotik spielen. Joy Club gilt als der größte digitale Swinger Club. Menschen, denen die reale Welt zu spießig ist, haben sich in diese Parallelwelt verabschiedet. Wer sind sie? Siehst du, und das ist nämlich echt die Frage, ne? Wer ist das? Und, ja, um das jetzt zuzumachen, das Thema, äh, liebe Cousinen, wenn ihr, äh, Mut und Kutzper habt, äh, uns mal aufzuklären, was da so abgeht. Wir würden gerne durch dieses Schlüsselloch mal gucken mit einander. Ja, und zwar, nicht unbedingt voyeuristisch, sondern, es, es wird mich einfach tatsächlich mal interessieren. Ja, oder? Und, äh, ihr müsst ja auch nicht, äh, äh, die erwarten ja hier keine, keine Eskapadendetails, oder sondern, äh, Ne, so im besten Sinne. Wir, versprechen, wir sind, äh, wir haben für alles Verständnis. Ne? Ja. Und wo wir bei Fetisch sind, hast du deine Klamotten für Tönes 5, 50. zusammen? Äh, ja, weißt du was? Äh, das ist das Problem. Ich hab mein Kapitänssack und meine Kapitänsmütze irgendwo verloren beim letzten Umzug. Ja. Du weißt ja, damit bin ich auf jede, bis jetzt auf jede Party gegangen. Ja, ja, ich, ich hab ja noch eine Pilotenuniform, die könnte ich dir antragen. Ja, da wir ja dieselbe, so gut wie dieselbe Größe haben, könnte das sogar gut klappen, nur bei der Hose etwas. Im Schild kann man was rauslassen. Aber da zieh ich, aber du könntest, ich hab noch, ich meinte eigentlich die Hosenbeillänge, du Saftsack. Ja, ich hab noch, weil ja letztes Jahr auf Malle bei Pazzi diese Party angesagt war, Dressed in White Party, hab ich mir so ein Bademeisterkostüm besorgt. Ja. Und ich hab die, die Shorts hab ich einfach so in S bestellt. Und wenn du nächstes Mal in Hamburg bist, probier sie doch mal kurz an. Oh. Und das dann mit so einem Pilotensacko. Ich hab auch die Mütze noch mit den Fünf Sternen und ich hab alles da. Ja, aber eigentlich müsste, geht dazu nur so eine chromfarbene Thrillerpfeife, eine Ray-Ban. Jaja, die Ray-Ban hast du ja und die Thrillerpfeife, die treiben wir auf. Und da hör mal, so bin ich ja groß geworden, wie der Bademeister. Ja. Damals sagte man nur Bademeister, als das noch Respektsperson war. das ist ja. Als sie noch breithüftig am Beckenrand patrouilliert haben. Der Mann war das Gesetz. Der Mann war das Gesetz. Da hat sogar der weiße Hai Sitz gemacht. Ja, das kann ich dir aber sagen. Ey, das ist, der hat nur mal scharf geguckt. Da haben sich die ganzen Joister vom Sprungbett verpisst. Das kann ich dir aber sagen. Und heutzutage lässt er mal schön die Decke, umgehoben und gibt keinen Mucks mehr von sich. Nee, natürlich nicht. Die hatten die Shorts aber auch immer so knapp. Da konntest du schon, da konntest du am Montag noch sehen, ob er am Samstag ein gutes Wochenende hatte. Ja. Meine Herren, das gab es doch gar nicht. Wie war es denn bei dir, das Wochenende? Das Wochenende, jetzt wollte ich gerade sagen, ich habe aber auch noch, meine Gattin hat noch, warte mal, lass mich mal überlegen, die hat für so eine Fetischparty, oh, die hat noch so ein Catwoman-Dress. Ja. Das sah, oh Gott, das hat mich auch eine schlaflose Woche gekostet. Ja. Aber ich will euch nicht reinreden, aber das ist ja eher so ein bayerischer Abend da, ne? Ja, aber... Also Leder habe ich auch, allerdings... Gibt es keine bayerische Catwoman oder was? Gibt es da jetzt... Nein, wie gesagt, ich mische mich da nicht ein. Das waren nur so kleine Fußnote. Ja, mein Nachname ist ja bayerisch. Ich bin ja schon bayerisch. Ja, genau. Mit Regensburger Wasser getauft. Zumindest irgendwas aus der Gegend, zumindest ist das Blut, Regensburger Blut in meinen Adern. Ja. Also falls deine Frau dieses Catwoman-Kostüm bringt, meinen Segen habt ihr. Ja. So ein Abend lebt ja auch von der Optik. Ja. So ein Abend lebt lang und nach hinten raus zählt nur noch die Optik. Ja, also wie gesagt, ich kann dir meine Pilotenuniform anbieten. Ich werde es nie vergessen, als ich das letzte Mal anhatte. Er ist ein guter Kumpel von mir. Der war schon morgens um drei so dritendick. Ja. Schon ist gut. Ja, wirklich. Aber wirklich so dritendick, dass er mich in den Arm genommen hat, um mir zu erklären, dass meine Frau wirklich sehr gut aussehen würde in dem Dress. Und er würde mir jetzt hiermit gestehen, also mit ihr würde er es wohl machen. Ja. Und zwar umsonst. Ja. Das kostet dich keinen Pfennig. Wo ich mich von Geiern fast weggeschmissen habe und einfach nur gedacht habe, das ist schön. Diese Großzügigkeit, diese Herzlichkeit. Ja, man muss ja auch mal was anbieten. Genau so. Wirklich. Ja. Ach Gott, ey. Aber es war lustig. So, was habe ich am Wochenende gemacht? Tatsächlich. Äh, gar nicht viel. Lecker gekocht. Wart ihr mal wieder unterwegs? Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Wir waren jetzt im Augenblick gar nicht unterwegs, weil, äh, ach, das ist ja auch immer schwierig, ne? Ähm, äh, wo jetzt hin bei dem Wetter? Da sitzt ihr ja auch nur im Hotelzimmer irgendwo. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Also, es ist auch, auch ein bisschen so, ich, ich warte tatsächlich doch auf, ich warte wirklich bei diesem Scheißstürmen, die im Augenblick sind, alles rappelt. Wo willst du da schon großartig hin, als ich zu Hause irgendwie einbunkern, ne? Ja, ja. Ich hab, ähm, ich hab tatsächlich, äh, Bücher bestellt. Ja. Ich hab viele Bücher gespielt. Ich hab jetzt, äh, Williards Klassiker. Ich hab das Herz der Finsternis bestellt. Ja. Der alte, der alte Mann und das Meer. Ja. Äh, der, der Steppenwolf. Der alte Tengelmann und das Meer. Ja, natürlich. Ja, äh, nochmal mein Appell. Es gibt auch Bücher, die wurden nach 1980 gedruckt. Ja, das ist ja auch völlig richtig. Äh, Jules Verne in 80 Tagen um die Welt. Ja, mit 80er meinte ich eigentlich was anderes. Ja, aber, äh. Ja, das weiß ich doch. Ja. Aber ich hab wirklich, äh, ich hatte wirklich mal wieder Lust, äh, zu erkunden, warum einige Bücher als die Klassiker der Weltliteratur gelten. Weißt du, was ich meine? Ja. So, äh, Der Fänger im Roggen zum Beispiel. Ja. Das ist ein Buch, ich weiß noch, das hat mich fertig gemacht. Ja. Und zwar, äh, ich mein, du, ich hab das gelesen, da war ich 16. Ja. Und, ähm, ich weiß noch, dass ich eigentlich nicht verstanden hab, so richtig, worum es ging, aber ich hab den Typen verstanden, wenn du weißt, was ich meine. Ja, mir ging's fast genauso. Ich hab's auch mit 16 gelesen, hab auch nix verstanden, hab's dann mit Mitte 20 mal wieder gelesen, seitdem nicht mehr, und ich will mir diesen Effekt auch gar nicht mehr kaputt machen. Das war für mich auch absolut erschütternd, übrigens. Ja, und, äh, ja, da wollte ich jetzt, vielleicht ist das auch der Irrweg, aber, ja, ich muss das unbedingt noch mal lesen. Ich, ich, ich will auch gucken, ob, ob, ob ich mich noch mal damit verbinden kann. Weißt du, was ich meine? Ja, das verstehe ich, ja. Oder ob, oder ob ich auf den ersten Seiten einfach sage, okay, alles klar, äh, kommt nicht wieder, ist, ist, ist weg. Äh, ich will das auch gar nicht, ich will das auch gar nicht bezweifeln, aber irgendwie, manchmal, es gibt ja so Bücher, so geht's wie beim Papillon auch, ne, ich hab das einfach so genossen, bin da so reingefallen in das Buch, dass ich, äh, ja, dann hab ich Angst, das noch mal zu lesen. Ja. Ja, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Das gibt's bei Musik wahrscheinlich auch. Ja. Ich weiß noch. Oder als ich, ja, das von uns oft beschriebene Aroma der Jugend, was ich da nicht mehr einstellen will. Und da hab ich immer so, da denk ich manchmal, ach die, die Kiste lass ich zu. Aber weil ich dir zusammenhack, ne, weil du gerade hier Catcher in the Rhymes sagst, äh, Una und Salinger, da kann ich dir wärmstens ans Herz legen. Ah, da geht's. Über seine Beziehung, äh, oder seine unerfüllte Liebe zu, äh, Una, die später, Una Chaplin wurde, glaub ich. Genau, genau, das wurde dann die minderjährige Frau von Charlie Chaplin. Aber es war eine ganz große Liebe bis zum Schluss, das muss man, äh, zur Ehrenrettung dazu sagen. Und, äh, aber das passt so gut dazu. Und es ist so ein tolles Buch, kann ich jetzt auch allen empfehlen. Ula, äh, Una und Salinger. Äh, da wird eben genau diese Liebe beschrieben und wie sich das so entwickelt hat. Toll. Hast du den Film Finding Forrester gesehen, mit, äh, wo, wo Sean Connery, äh, auch so eine Art Salinger-Typ geschrieben hat? Nee, nee, nee. Ah, dann schau dir mal. Ja, ja. Finding Forrester, da geht's auch darum, das so ein, Finding. Finding, ja, Finding Forrester. Ja. Und da geht es darum, äh, Sean Connery, ähm, eben halt in so einem, ja, seit zig Jahren, äh, äh, in New York, äh, in so einem Viertel wohnt, was mittlerweile aber eben halt so ein, eher so ein Problemviertel ist, ne? Ja. Und so ein paar Kids spielen unten immer, äh, so ein paar schwarze Kids spielen unten immer auf Basketball. Ja. und einer von denen ist relativ begabt sozusagen und er guckt den vom Oben immer zu und irgendwann wird eben halt klar, dass er der berühmte Forrester ist, der einen Hit geschrieben hat, sozusagen einen, ja, Volltreffer. Ja. und, ja, schau dir das mal an, Sean Connery, Finding Forrester. Mach ich auf jeden Fall. Sehr interessanter Film. Hör mal, jetzt kommen wir mal zu was ganz profan. Und zwar, äh, ich wohne ja in einem Neubau, ne? Ja. Und mit, äh, zwei Bädern und so die Toilette, da ist so der Abfluss, der ist so eingestellt, dass immer noch mal so ein bisschen was nachtröpfelt, ne? Aha. Da muss noch mal fein justiert werden. Ja. Äh, das hab ich mir jetzt... Mach ich, mach ich dir. Sehr gut. Für Eka nehme ich an, oder? Natürlich. Ganz, ganz legal Rechnung, allen drum und dran, da kommen meine Leute gar nicht für raus, das mach ich selber. Genau. Brauchen sie die Mehrwertsteuer? Ich brauch sie nicht. So. Und dann, äh, haben sich so jetzt im Laufe, in den letzten elf Monaten, haben sich so kleine Streifen gebildet, ne? Aha. So kleine Tropfsteinhöhlen? Äh, nee, nicht so Tropfsteinhöhlen, sondern einfach so Spuren, äh, die sind... In der Keramik. In der Keramik, so etwas dunkel abgesetzt, so ein bisschen. So grad so, dass es nervt, ne? Ja. Also es ist weder Urinstein noch Kalk, sonst was, äh, und jetzt ich da ran mit dem Schwamm. Ja. Mit, äh, normal, mit Atta, sag ich mal. Kein Erfolg, so. Aber man... Du weißt auch schon, das ist moderne Reinigung. Ja, ja, ja. Wie sagte, wie sagte denn Fips Asmus immer noch, Atta ist ein fauler Zauber, ne, die Pille ist ein fauler Zauber, nur Atta hält das Becken sauber. Ne? So. Pass auf, jetzt war aber, jetzt war aber mein Jagdtrieb geweckt. Ne? Ja. Kennst du ja, Tisch wackelt, Fatti hatte Zeit, bis die ganze Hütte auf links steht, ne? Ja. So ähnlich war es bei mir auch. So, also, Essigreiniger, ne, mit Essigreiniger da ran. Ja, Essig ist das Stichwort. Essigreiniger selber jetzt, ne? So. Ja. Geschrubbt gemacht, herrlich, wunderbar, der packt an, alles abgetrocknet, Streifen noch da. Ja. So, ich gegoogelt, wieder losgezogen zum Rossmann. Ja. Mittlerweile weiß ich auch, wo alles steht. Ja. Ne? Dann, Natron gekauft. Ja, super. Das war der Tipp im Netz. Natron. Ja. Beide Toiletten Natron. Großflächig da drauf, wie Escobar, Geld spielt keine Rolle. Ne? Das Pulver, breit gestreut, nichts zu machen. Oh Gott. Dann Zitronensäure. Also wieder zum Rossmann, Zitronensäure da drauf, geschrubbt gemacht, nichts zu machen. Dann gab es den Geheimtipp, da war sich die Community sicher, damit hat der Streifen verschissen, im wahrsten Sinne des Wortes, Cola. Cola. Cola da drauf. Aber vorher noch ein Stück Fleisch in die Cola legen oder so. Zwei handelsübliche Coca-Flaschen gekauft, nichts zu machen. Dann gab es den Tipp, du musst alles zusammenrühren. Also Essig, Natron, Cola, Zitronensäure. Und da war ich mir sicher, jetzt kann ja wirklich nichts mehr passieren. Oh Gott. Über Nacht einwirken lassen. Ja. Morgens geschrubbt, wieder da. Wahnsinn. Was wäre jetzt dein Tipp, du als erfahrener Hausmann? Da hätte ich schon längst den angerufen, der die Scheiße da eingebaut hat. Ja, aber die Streifen sind ja jetzt nun mal da. Sie sind ja vorhanden. Das ist ja offensichtlich ein Materialfehler. Da müssen wir dann im Badezimmer ganz neu kacheln. Da ist ja offensichtlich ein ganzer Materialfehler. Ja, aber hast du nicht noch irgendein Hausmittel in der Hinterhufe, mit dem man es noch probieren kann? Wenn du jetzt schon mit Spucke, mit Orangenreiniger, mit Verdünnung, wenn du da alles schon gemacht hast, was willst du da noch sagen? Hast du es schon mal mit dem Mittelstrahl versucht? Ich weiß nicht, wo der anfängt und wo der aufhört. Ich habe dann noch mal das Buch von Carmen Thomas durchgelesen. Gesehen, dass vorne die Widmung drin ist. Ich halte das für einen Materialfehler. Offensichtlich ist die Keramik da so offenporig. Aber beide? Ja, da haben sie euch einfach Scheiße eingebaut. Das ist wahrscheinlich genau das. Und jetzt hofft man auf deine Gutmütigkeit. Da würde ich Ross und Reiter nennen. Da würde ich sagen, Leute, ihr tretet morgen hier an. Ja, aber jetzt pass auf. Jetzt kam unsere, wie soll man sagen, Raumpflegerin. Facility. Managerin. Ja. Kam. Ja. Und guckt so. Und holt dann aus ihrem Koffer Chlorix raus. Chlorix. Und eine Minute später war alles weg. Ja. Die Keramik sieht aus wie neu. Handelsübliches Chlorix. Nee. Er hätte ja sein können, dass sie das aus Brasilien kommen lässt. Nein, handelsüblich. In Brasilien nehmen die das. Wo zum Beispiel ganz andere Substanzen drin sein dürfen. nein, handelsüblich. Das nehmen die in Brasilien als Augentropfen für Babys. Gott, du bist. Und eine Minute. Nein, eine Minute. Nicht nachmachen, liebe Cousine. Nicht so oft nachmachen. Und einen Moment später war alles sauber. Und da siehst du mal, immer Fachfrau oder Fachmann fragen. Ich frage mich, was du gemacht hast. Also Chlorix ist ja nun auch nicht so viel anders als der ganze andere Mist. Ja, ich habe dir doch den Versuchsaufbau jetzt geschildert. Der muss doch selbst für dich nachvollziehbar sein. Ja, aber Chlorix ist doch nun wirklich nicht so viel anders wie Natron oder sowas. Ja, du hast doch gerade noch davor gewarnt. Ja, eben wollte er noch schwören, jetzt will er von nichts mehr wissen. Ich glaube, das ist ein Materialfehler, ganz einfach. Ist ja alles wieder gut. Ja, aber warst du dabei, wie sie das gemacht hat? Ja, natürlich. Nicht, dass sie irgendwie lackiert hat? Nein, ich war on fire. Und ich bringe euch jetzt demnächst eine Flasche mit, damit eure Scheißhäuser auch mal sauber sind. Ach, Chlorix. Ja, gut. Aber da, ja, ich weiß es gar nicht. Ich habe, wir haben, vielleicht ist dein Urin auch einfach zu scharf. Ich habe doch extra darauf hingewiesen, dass es nicht um Urin ging. Ja, weil du dich so schön aufregst, dachte ich, ich sag es noch mal. Ja, ich war den ganzen Samstag on fire. Im Rossmann, da duze ich jetzt schon den, selbst die Lagermitarbeiter. Im Rossmann tuscheln sie schon, das ist mir klar. Und das schon seit Jahren. Habt ihr gesehen, Schröder. Ey, wo du sagst, ey, tuscheln im Rossmann. Wahre Geschichte, echt wahre Geschichte. Und zwar haben, in den 60er haben die Urin, USA ja mit so psychologischer Kriegsführung sehr experimentiert. Darauf basierend gibt es ja eben in diesem Film auch Männer, die auf Ziegen starren. Ja. Und jetzt, also kein Witz, wirklich kein Witz, habe ich mir nicht ausgedacht. Das haben sie wirklich gemacht. Die haben, die haben über dem Ostblock, speziell eben UdSSR und Russland, haben die Amis Packungen mit Kondomen abgeworfen, aber mit großen, mit XXL-Kondomen, jetzt ohne Scheiß, und haben da Medium draufgeschrieben. damit die russischen Männer und Frauen verunsichert werden. Ist das nicht eine großartige Idee? Ey, der Mensch ist wirklich zu allem fähig, oder? Ey, das ist eine wahre Meldung. Das ist doch einfach großartig, oder nicht? Oh Gott, man kann es sich einfach gar nicht vorstellen. Ja, aber auch nochmal den Tipp, Männer, die auf Ziegen starren, ist für mich der lustigste Film der Welt. Zeit für ein bisschen Werbung hier jetzt. Ja, und zwar ein alter Bekannter, und ich bin schon wieder am Jubilieren, es ist die Koro Drogerie, die findet ihr im Netz unter www.koro-drogerie.de und ich bin schon wieder hin und weg. Atze! Ich bin doch auch begeistert. Ich habe jetzt... Bestell mir diesen verdammten Bio-Ingwer-Shot. Ey, ja. Ich werde verrückt. Ja, vor allen Dingen, das ist ja so ein richtiger Kanister, das ist super gewünscht. Ja, ja. Ey, ich habe jetzt die veganen Hafer-Blaubeermuffins, ey, zu verrückt werden. Zu verrückt werden. Ey, die gehen bei uns hier, ey, die Kids, die sind süchtig danach, da muss man schon, die muss ich da schon einbremsen. Aber weißt du was auch, hast du das schon mal probiert? Die Bio-Kurkuma-Shots, die fand ich ja auch gut. Ah, okay. Ach, und was auch sehr klasse war, ist dieser Bio-Kaffee. Und zwar das Kilo, dieser Bio-Kaffee-Kremer, ganze Bohnen. Super. Oh, tierisch lecker. Kann ich auch nur bestens erwähnen. Hast du das alles aufgeschrieben? Das musst du bestellen. Hab ich hier stehen, hab ich hier stehen, dann habe ich mir selber noch so ein paar Power-Riegel bestellt. Hier maximales Protein. Max-Protein-Bar heißen die bei denen. Und ja, ein Leben ohne Kuro ist denkbar, aber sinnlos. Ja, und deswegen, ist da auch wieder was für uns drin? Komm, da muss doch was für uns drin sein, für die Cousinen, oder? wichtig ist, merkt euch schon mal den Code Cousinen, den könnt ihr dann beim Bezahlen ins entsprechende Rabattfeld eingeben und dann wird das alles noch günstiger. Ja, korodrogerie.de schnelle Lieferung, faire Preise, sensationell. Wir sind Ultras. Weiter geht's. Ich weiß gar nicht, sag mal, haben wir neulich über Urlaub im Club gesprochen? Nicht, dass ich wüsste, nee, nee. Aber mit wem telefoniere ich denn sonst immer so lange? Ja, wir beide haben irgendwann schon mal über Club Urlaub gesprochen. Ja, weil ich erinnerte mich daran, weil jetzt wie merkwürdig Menschen sein können. Ja. Und da wurde ich dann eben gefragt, ey, was, du, du machst Urlaub im Robinson Club? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich dann gesagt, doch, so als meine, als meine ersten beiden Kinder, als sie so klein waren, da, ja, sag ich, das war jetzt nicht unbedingt meine, meine erste Option, aber, ach, die Kinder haben sich da immer so wohl gefühlt. Für Kinder ist das ein Paradies, absolut. Und ich sage, und da habe ich dann schon mal drüber hinweg geguckt, dass das jetzt unbedingt nicht gerade, ja, gut, ja, dass das vielleicht auch ein bisschen spießig sein kann, vom, vom Publikum her. Ja. Und ich war damals, ich glaube, dass du was Besseres bist, als die, die da sind. Nein, 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 nein. Ja, so hast du es doch gerade gesagt. Nein, so legst du bis perfider und böserweise aus, weil du mich provozieren willst. Ich wollte gerade erklären, dass ich zu der Zeit noch sehr jung war und ein, ein, und mich natürlich als versnobbten Künstler betrachtet habe. Jetzt haben wir, jetzt haben wir die Brüder. Der, der natürlich im Fernsehen und bla bla bla, jung und natürlich habe ich einen Scheiß drauf gegeben und da bin mit meinen geflickten Jeans, ja klar, ich habe das schon ein bisschen zelebriert, hallo, ich bin anders als ihr, ich habe hier kaputte Jeans und trotzdem habe ich genug Geld, um, um in den Robinson Club zu fahren. Ja, wie das so ist, wenn, ach, wenn, wenn kleine Kinder zu viel Geld in der Tasche haben und zu viel Ruhm, zu viel Ruhm haben. Aber für Kinder ist das ja echt ein Paradies, das muss man schon sagen. So, so, und dann habe ich das aber trotzdem gemacht, also ich gebe meine Fehler hier gerne zu und, womit ich aber nicht gerechnet habe, ist, dass mir das eigentlich doch ganz gut gefällt. Ey, so ging es mir auch, genau so. Und dann waren da, da waren dann echt ein paar dufte Typen. Ja. Und ich weiß nicht, heißt das eigentlich richtig Kos oder Kos? Kos, weil der Grieche keinen langen Vokal kennt. Okay, dann ist es Kos, wir waren auf Kos und das war relativ neu, das war, glaube ich, der Robinson Club Daidalos. Genau. Super Lage, super. Super Lage, ein toller Club, kann ich, also damals, ich glaube, das war 96 oder 97, wirklich top, top, top und es gab so einen Aufzug, so einen gläsernen Aufzug runter, zum Strand und meine Kinder waren da so glücklich am Strand und, aber bizarr war trotzdem, einige waren natürlich trotzdem aus dieser Abteilung, das werde ich nie vergessen, eines Abends stehe ich da am Strand und gucke da so meinen Kindern beim Planschen zu, was heißt abends, das war so, so schönste Zeit, sechs Uhr, sieben Uhr am Strand. Ja. So, wo schon die Hitze so ein bisschen langsam weg geht und das Licht so ein bisschen anders wird. Kinder planschen im Wasser, ich stehe da und auf einmal, steht so ein Typ neben mir und fängt an zu erzählen, ja, zwei Mille habe ich da investiert. Wie aus heiterem Himmel einfach? Ja, wirklich. Und dann haben wir ja, und dann haben wir ja noch investiert in diese ganze Immobiliengeschichte, das ist ja dieser Fonds in Berlin, hauptstadtmäßig und es ging, ich kann ja gerne sehen, es rappelte nur und er laberte in ein, auf mich ein, was, ich hatte ja von nix der Ahnung, ne? Ja. und irgendwann so, nach zehn Minuten hörte er auf und guckt mich an und bei ihm und dann habe ich einfach nur ihm so auf die Schulter geklopft, habe so einfach mich umgedreht, habe auf den Club oben gezeigt, der auf der Klippe war und habe gesagt, ach, wissen Sie was, ich glaube, das Beste, was ich je gemacht habe, war die Butze hier zu kaufen und hier zu investieren. Weil solche Typen wie Sie, die kommen ja einfach immer wieder hierher. Und dann bin ich einfach zu den Kindern ins Wasser gegangen und auf die Luftmatratze gesprungen und der stand da geschlagen, fünf Minuten, guckte immer wieder zu mir, dann nach oben zu der Klippe und war fertig, der hat mich nie wieder angesprochen. Später auch am Buffet oder wenn man sich so getroffen hat, irgendwo, nie wieder angesprochen. Sehr gut, sehr gut. Ich habe auch an Dejda Lust, habe ich nur gute Erinnerungen. Verrückt, ne? Aber es gibt jetzt einen neuen Robinson-Club auf Kreta, Südküste. Aha. Da hat der Philipp, der uns hier zu Markus Krebs eingeladen hat, ja, der hat da lange als zweiter Klubchef gearbeitet. Phil, Mensch, und wenn du, ja, wenn du ausgebufft bist, da fährst du mit deiner reizenden Frau mal im Oktober da hin. Das ist ja zauberhaft. Ja, ich glaube, das ist ein Paradies da. Ja, ist das wahrscheinlich immer noch, weil sie sind wahrscheinlich noch ausgebuffter geworden, diese ganzen Klubs wahrscheinlich, oder? Ja, ich war mal von Mitte Oktober bis zweite Woche November auf Kreta. Ich habe da teilweise geheult vor Glück, so schön war das. Ja, aber das ist ja immer wieder klasse, was man so für Menschen trifft. Ja. Ich habe, ich musste jetzt, hast du schon diese neue Netflix-Serie über diese Hochstaplerin Anna Sorokin? Ja, ja, ja. Hast du das gesehen? Drei Folgen habe ich schon gesehen, ja. Ist das so gut, wie der Artikel im Spiegel verspricht? Ja, ist ziemlich gut. So am Stück kann ich es nicht schauen, sind glaube ich acht Folgen. Ja. Aber ich kenne eine Frau aus München, die eins zu eins genauso ist und deswegen gefroren mir manchmal das Blut in den Adern. Aber das ist schon gut gemacht. Ist ja so halb dokumentarisch, ist toll besetzt. Ja, sollte mal gucken. Man kann das ja gar nicht glauben, wenn man das liest, ne? Ich habe den Artikel im Spiegel über die Anna Sorokin gelesen und man glaubt es ja gar nicht, ne? Man kann es gar nicht glauben. Ja, die Geschichte ist wirklich unglaublich und vor allen Dingen, sie ist ja schon wieder auf Instagram aktiv und, ja. Ich habe schon gefragt, ich brauche 720 Bilder. es ist absolut unbelehrbar und sagt, Leute, schaut mich an, ich fühle ein luxuriöses Leben und ihr kleinen Pinscher, was macht ihr? Nichts. Ach, herrlich. Ja, was es alles gibt. Ja, ja. Ja, ja. Kleiner Tipp, mal reinschalten. Ich glaube, ich gucke es mir auch noch an, aber, ja, verrückt. Ist ganz gut gemacht, finde ich, ja. Da sagt meine Perle doch, wir hatten uns samstags gestritten, als ich schon, als ich schon mit den Nerven am Ende war, mit meiner Schüssel hier, mit den beiden Schüsseln. Als du nur noch über der Schüssel hingst, und zwar aus Reinigungsgründen. Genau, jetzt hör doch mal auf mit dem Scheiß, haben wir uns noch ein bisschen in die Köppe gekriegt und dann sagt sie, sag mal, kann das sein, dass wir, während wir uns, dass du, während wir uns hier streiten, einen Ständer, Chris? Oh bitte, bitte. Und ich konnte sie auch klären, ich sag, Schatzi, ich bilde hier gerade einen Krisenstab. Ja. Und da war die Kuh. Das lass ich alles rauschen ein. Das lass ich. Ja, da reden wir gleich drüber, wenn hier das Mikro aus ist. Du hast mich gestern schön, du hast mich schön mal auf die richtige Fährte gelockt. Endlich. Du bist mir noch erklärend schuldig, warum ich angeblich Putin sein soll. Ja, weil du immer alles rausschneidest. Ach, das stimmt doch überhaupt gar nicht. Du machst ja quasi hier aus unserem Podcast Fake News. Immer, immer alles. Das ist schon eine so hanebüchelige Übertreibung. Immer alles ist schon eine so hanebüchelige Übertreibung. Ja, ich hab hier eine ganze Seite mit Beispielen. Ich wusste ja, dass du das leugnest, weil du ja immer alles leugnest. Das ist ja bei so narzisstischen Störungen wie dir auch ganz normal. Aber wir sprechen da gleich drüber, mein Freund. Du sagst, der Narzisst, der beim Klo rein, und beim Streit mit seiner Freundin einen Ständer kriegt. Ja, sicher. Ja, wenn du es nicht gemerkt hast, es war ein Scherz. Aber alle anderen haben diese Transferleistung hingekriegt. Aber du bist gleich dran. Mach dich noch locker. Mach dich noch locker. Jetzt heißt es Transferleistung und Scherz. Ja, ich kann auch sagen, naja. Du bist so einfach, du bist so wie Dorian Gray. Hast du eigentlich mitgekriegt, dass Bette Davis gestorben ist? Die Soul-Sängerin, ist das traurig. Die frühere Frau von Walter Sparbeer. Miles Davis. Miles? Echt? Ja. Deswegen heißt sie überhaupt Davis. Sie ist die frühere Frau von Miles Davis. Ach, echt? Ja. Die erste? Ja. Ja, das ist ja gar nicht, da gibt es ja gar nicht zu lachen. Ist das die erste? Ich weiß nicht doch, ich weiß doch nicht, wie oft er verheiratet war. Ja, mehrfach. Ah, okay, dann war sie eine davon. Er hatte ja sogar ein, er hatte ja sogar ein Verhältnis mit Juliette Greco. So, das schneiden wir raus. Bette Davis war die Frau von Miles Davis. Ist das nicht schön? Ja, ich glaube, seine zweite Frau hieß doch Florence. Das ist doch die, die auf dem Titel von The Sorcerer ist. Ja. Dem Album. Merk dir mal, was du gesagt hast, dann kann ich da gleich wieder einsteigen. Schnitt, 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 Schnitt. Merk dir mal, was du gesagt hast. Das kann ich ja schon, das kann ich schon zwei Tage später nicht mehr. So, ich bin gerade bei Miles Davis hier. Ja, ja, es ist nicht schon wieder Musik. Bitte, 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 das muss einfach reichen. Sie ist auf jeden Fall letzte Woche gestorben und falls du ihr nochmal ein Kompliment machen wolltest, dann ist es jetzt zu spät. Mal lieber. Der Mensch, der Mensch Miles Davis, Miles Davis als Maler, ja steht denn hier nichts über seine Frauen? Ja, das weiß man doch. Ja, das weiß man doch. Ja, natürlich. Ja. Welches Instrument spielte sein Vater? Oboe. Sein Vater war Zahnarzt, du Nasenbär. Und Zahnärzte spielen kein Instrument? Nee, aber ich weiß nicht, sag du es mir doch. Ich weiß nur, dass er Zahnarzt war. Ja, und mit diesem Bohrer konnte er drei Oktaven. Mann, Mann, Mann. Gute Herr, mit diesem Bohrer. So, was hast du denn da noch auf deinem Zettel? Ich hab da gar nichts auf meinem Zettel. Ich möchte jetzt verdammt nochmal wissen, Nein. ey, was da seine Ehefrauen alle waren und welche das jetzt war. Ja, dann mach das heute Nacht, wenn du dich da mit deinem Scheiß beschäftigst, aber jetzt nicht hier, ja? Scheiß wieder, wie, wie, ja, wenn jemand schon googelt. Ich hab mich vertan, der Drama von Jerry Lee Lewis war doch ein anderer. Sag mal, wie übellaunig du wieder bist. Nein, ich bin einfach, ich mach das hier nicht mehr mit. Ich mach das hier nicht mehr mit, ey. Mit deinen ganzen, das ist doch eigentlich mein Text. Äh, toxischen, äh, toten Faden, die du hier legst. Du bist, du bist sozial ein Toter. Ja. Aber nee, ich wollte ja hier noch gar nicht anfangen, das kommt gleich alles, das kommt gleich alles. Das kommt gleich alles? Das mach ich ohne Zeugen. So, mach mal ohne Zeugen. So, jetzt, bevor du dich wieder, ja, warte, verlierst. Sehr schön hat mir von den Zuschriften übrigens gefallen. die haben mir gut gefallen. Da waren tolle Sachen dabei, ne? Weißt du warum? Weil ich ja schon bei dem Wort Anorak vermutet hatte. Ja. Das ist ja, das ist, hatte ich doch noch gesagt, das klingt wie ein Inuit-Wort. Ja, stimmt. Und bitte, da schreibt uns die Cousine Christian. Ja. Liebe Chef-Cousinen, hier die Herkunft des Anoraks. Erfunden wurde der Anorak aus der Notwendigkeit zu überleben. An, nu, N-U-H, dann Bindestrich, RAK, R-A-A-Q, bedeutet in der Sprache der Inuit Grönlands, etwas gegen den Wind. Ja. Ursprünglich war er eine Kapuzen-Schnupfbluse mit Reißverschluss. So, bitte. Es ist Inuit und da kannst du mal wieder sehen, was... Dass du ein besserer Mensch bist, der nicht mit normalen Leuten Urlaub machen möchte. Nein. Wir haben alle begriffen, dass du hier, äh, dich über alle immer stellst. Und, äh, das hast du damit jetzt, du bist ein Angeber. Nein. Weißt du, du hast doch gerade angegeben. Ich hab das doch schon gesagt. Ich hab das doch schon gesagt. Ich hab das geahnt. Ich hab das geahnt. Und da kann man sich doch mal freuen, dass man das einfach... Was bist du, ein übellauniges... Ja, das bleibt ja auch nicht aus. ...putzbesessenes... ...putzbesessenes Missstück einfach. Ja, so endlich zeigst du dein wahres Gesicht für uns alle hier. Mein, Mann, Mann. Ey, das arme, die arme Toilette, die tut mir im Nachhinein noch leid. Endlich sauber. Wenn ich nächstes Mal bei euch bin, mach ich die Toiletten auch heimlich sauber. So, Ingo schreibt uns, ein bisschen Mugge, einen wunderschönen, guten Morcheln, die Cousinen. Da ihr schon hier und dort den Namen Dave Grohl habt fallen lassen oder auch einmal erwähnt habt, ihn würdet ihr auch gerne mal zum Interview einladen. Da hab ich mich letztens gefragt, ob ihr sein vor kurzem erschienenes Buch Storyteller schon gelesen habt. Leider nein, nur so eine Zusammenfassung. Ich finde dieses Buch und euren Podcast wie Arsch und Eimer. Viele mitunter fragwürdige Geschichten aus dem Leben von der Bühne und von allem, was dazwischen liegt. Ich denke, man bekommt einen sehr guten Eindruck davon, dass auch der Herr Grohl sich wahrscheinlich als Cousine outen würde. Ein einfach nur sympathischer Mensch mit großem Herz und einer stabilen Leber. PS für ACR, er hatte sogar Schlagzeugunterricht bei einem Jaser. Ja, Smell like Teen Spirit. Achso, da war ja schon Dave Grohl. Einfach kann ja jeder. Richtig. Da ihr mich auch mit der Spotify-Liste immer wieder inspiriert, hier ein paar Tipps. Da kommen so ein paar Tipps. So viel dazu. Einen hab ich sogar aufgenommen. So viel dazu. Macht einfach genauso weiter. Anekdoten, die ehrliche, sympathische Art. Macht einfach immer wieder Spaß. Eure Cousine Rock Rock on Ingo Börner. Ja, danke, klingt gut. Börner ist ja auch so ein richtig schöner Rock'n'Roller-Namen. Ja, auf jeden Fall. Cousine Stefan hat uns nochmal was geschrieben, das fand ich sehr interessant. Ich hatte eigentlich viel mehr Briefe oder Zuschriften dazu erwartet, aber die war, vielleicht ist es auch ganz gut, dass es nur die war, weil die hat es eigentlich für mich auf den Punkt gebracht. Und zwar schreibt uns Cousine Stefan, das nur so viel ihr seid Pflichtprogramm und habt mich übergewichtigen Scheinriesen mittlerweile nur noch knapp 120 Kilo bei 2,06 Meter Donnerwetter beim Training und auf meinen ersten durchgelaufenen 10 Kilometer Lauf eine Folge lang begleitet. Ja, so langsam kann man joggen. Zum Thema Dicke schreibt er uns. Till sagte, dass er das Lied, als er pummelig war, gar nicht lustig fand und trotzdem mitgegrillt hat, um nicht zu zeigen, dass der Song ihn verletzt. Das ist richtig. Mir ging es hundertprozentig genauso. Nichts daran habe ich als ironisch oder lustig wahrgenommen, weil nämlich die Ironie Westernhagens an den meisten in meinem Umfeld komplett vorbeigegangen war. Und da muss ich sagen, den Punkt fand ich ziemlich gut. Findest du nicht auch? Ja, genau da habe ich auch gedacht, ah ja, okay, verstanden. Und da habe ich auch erst mal drüber nachgedacht, ja, ich kann mich auch nur dran erinnern, dass die meisten Leute das aus vollem Hals gegrillt haben, um einfach andere zu beschämen und das so ein bisschen und das keiner gesagt hat, ich zitiere das jetzt mal, um euch klar zu machen, welche Vorurteile hier herrschen. und habe dann auch noch mal bei uns in der Facebook-Gruppe hat einer eine Talkshow drei nach neun, glaube ich, gepostet, wo er explizit zu diesem Stück auch noch mal gefragt wurde, Westernhagen. Ja. Und da machte er, könnt ihr euch vielleicht noch mal angucken, da machte er auch keine so glückliche Figur bei der Antwort, fand ich. Ja. Also mir fehlte da auch ein bisschen die Empathie. Ja. Ja. Auf jeden Fall schreibt er eben wie gesagt, nämlich die Ironie Westernhagens an den meisten in meinem Umfeld komplett vorbeigegangen war und wenn beim Na du fette Sau auf mich gezeigt wurde, habe ich immer einen dicken Kloß im Hals bekommen. Noch heute versetzt mich dieses Lied in die Zeit zurück und ich fühle sofort wieder Traurigkeit, wenn ich es höre. Gut, dass nicht Johnny Walker mein bester Freund war, um ein anderes Westernhagen-Lied zu zitieren, sondern ich tolle Freunde hatte, die mir gut zuhörten und bei denen ich mich akzeptiert und wohlfühlte. Ja, das fand ich war eine tolle Zuschrift. Ja, auch gut erklärt, auch die Gefühlslage gut erklärt. genau. Und auch da habe ich nochmal gedacht, auch sehr beispielhaft für eine Zuschrift, wo man etwas sagen kann, zum Nachdenken aufrufen kann, betroffen macht, ohne rumzupöbeln, ohne so den Finger hochzuhaben, moralisch zu werden. Ja, fand ich auch saustark geschrieben. Also, vielen Dank, Cousine Stefan. Das war eine tolle Zuschrift. Dann schreibt uns Elisabeth Wessels, die liebe Lisa sozusagen, Überschrift, ich kann mich kaum beruhigen. Oh mein Gott. Leute, was war das denn? Da stehe ich in der Küche und da habe die Hände in Dinkelmehl, will uns einen schönen Käsekuchen backen und dann sowas. Als erstes die Begrüßung. Ich konnte mir nicht mal die Tränen wegwischen, weil sie die im Mehl hatte. Was habe ich gegeiert, eine Jahrgangssardine durch Lecken am Geschlechtsteil zu erkennen. Das war in deiner Begrüßung, da musste ich auch so geiern. Ja, stimmt. Das kann in der Tat nur dazu. Und später, der Kuchen war Gott sei Dank bereits im Ofen. Die sehr bildliche Beschreibung des Labradors, der genüsslich vor dem Sofa ausgestreckte, dicken, vollsockigen Zeh seines Frauchen zwischen seinen Hinterbeinen. Oh Gott. Aber so ist es. Ich kann nur sagen, das war mit Abstand die lustigste Folge seit langem. Ich liebe euren Podcast und euch natürlich auch. Was für ein Tag Lilo aus Münster. PS, ich habe gar keinen Hund. Siehste, und so wird es gemacht. Ich hätte dich eben gelobt, dass du schon in der letzten Folge gesagt hast, das kommt doch bestimmt aus dem Inuit. und siehste, da bleibt man mal ruhig, man muss abfahrten. Und das ist dir, das ist das, was dir zum echten Gentleman noch fehlt. Da wirst du gelobt, dann lässt du einfach von hier, von deinem kongenialen Partner mal sowas vorlegen. Der legt dir doch schon den Teppich. Der pudert dich ab. Da heißt er, so, über die rechte, über die linke Seite, hinten die Räume eng, vorn die Dinger rein und dann bist du ein Star. Zack, abgelegt, 3,50. Auf Wiedersehen, aber halt nicht. Briefmarke auf dem Arsch, ab nach Brasilien. Tschüss. Ja. Das war sehr lustig. Aber weißt du was? Es ist wie immer, es ist wie immer im Leben, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist oft mein Problem. Tatsächlich. Ich kann manchmal nicht warten. Ja. Ich kann manchmal nicht warten. Ich glaube, dass es sind immer noch Nachwirkungen, dass ich a, immer noch selber in vielen Sachen viel zu unsicher bin, und manchmal leider auch wie so ein Anerkennungsloch bin. Also, mich kannst du wahrscheinlich reinschütten, reinschütten. Ja. Äh, äh, dieses, äh, ja, ich, ich gebe dir da sogar manchmal echt recht. Ja, ich hatte, deswegen bin ich eben auch so abgegangen. Ich hatte hier nämlich stehen, ich hatte hier stehen, und wer hat es gesagt? Ich wollte da so richtig, und wer hat es gesagt? Der Till hat es gesagt. Ja. So, da stand dir alles. Ja, und du hast, du bist, du bist, eben halt auch in vielen Sachen klüger als ich. Ja, das kann ich nicht sagen, aber so im Umgang mit solchen Sachen vielleicht durch den Job jetzt, durch zwei Jahrzehnte so ein bisschen lässiger geworden, sagen wir es mal so. Ja, ja, ich bin manchmal einfach, äh, meine Frau sagt das manchmal auch, ähm, das, du willst manchmal zu viel, sagt sie, äh, das ist, glaubst du denn, da sagt sie, glaubst du denn wirklich, ich wäre mit dir zusammen, wenn du dumm oder hässlich wärst? ja, und, ähm, ich kann da manchmal zu fordern sein, das stimmt. Ja, das ist, äh, ja, da muss ich wirklich an mir arbeiten, aber das liegt wahrscheinlich auch, dass es wohl keinen gibt, der auf der anderen Seite im Innenverhältnis unnachgiebiger, also so unnachgiebig, wie ich mit mir selber bin, das wirst du auch nicht woanders erleben. Ich bin auf der anderen Seite auch gleichzeitig derjenige, der sich im Innenverhältnis auch am meisten in die Pfanne haut. Ja, ja. Ich, ich, ich bräuchte in allem etwas mehr Mitte. Auf jeden Fall, ich fand die Stelle, äh, mit keinem Jahrgangssack, die durch Lecken am Geschlecht, da hab ich noch den ganzen Tag drüber gegeiert, herrlich. Ey, weißt du, worüber ich mich aber tatsächlich auch freue, äh, bei Elisabeth, bei der Schuhzirft, dass es offensichtlich auch noch jede Menge neue Folgen gibt von uns, äh, wo die Leute einfach sagen, das ist die lustigste Folge seit langem oder, oder das ist mal wieder die lustigste Folge überhaupt. Das ist doch, wo wir jetzt, wir machen jetzt 130, glaube ich, oder 132 Folgen. Ja, seit, wir haben jetzt ungefähr drei Jahre, ne? Das ist doch einfach toll, dass uns da eine Cousine schreibt, das war die lustigste Folge überhaupt. Ja, finde ich auch gut. Und das bei Folge 130. Und weil, hier schreibt uns ja Cousine Carsten, ich hab, hallo Atze, hallo Till, ich hab einen Tipp für eure Fangemeinde, ich hab angefangen, euren Podcast seit Beginn nochmals durchzuhören. Es ist der Wahnsinn. Ja, eure tollen Folgen sind so klasse zeitlos, dass man meinen könnte, sie sind gerade aktuell aufgenommen. Herrlich. So wird nicht nur der Freitag zum Highlight der Podcast-Woche weiter so. Und vielen Dank für die gute Unterhaltung. Na siehst du, das macht mich wirklich ein bisschen glücklich. Das macht mich auch glücklich, ja. Wunderbar. Dann gab es noch ein Bild von einer Metzgerfrikadelle, die kam aber dann, die kam aber dann nicht von Hardy Rehmagen, Hardy Rehmagen, und hatte statt Senf war dann Ei mit drin. Metzgerfrikadelle aus Schweine und Rindfleisch, zum Teil fein zerkleinert, zur Sicherheit zum Teil geschrieben, gefüllt mit einer gegarten Einzubereitung, Gewürz und gebraten. Ja, vor 20 Jahren hätte man noch dazu geschrieben, gesund, alles drin, was ein achtjähriger Körper braucht. So ist Nutella groß geworden. Stimmt, oh Gott. Nutella ist wirklich das perfideste, was es wirklich gibt. Die haben es wirklich geschafft, dass sogar die Fußballstars gesagt haben, das brauche ich, um richtig gut Fußball zu spielen. Mit Eiweiß, so war die Werbung. Ja, diese Bausteine. Früher setzte man dieses Glas doch so aus Bausteinen. Pass auf. Mineralien, Eiweiß. Mit dem Besten aus einem Drittel Liter entrahmter Milch, wo du wirklich heute noch fassungslos vorsitzt und dich fragst, was soll denn bitteschön das Beste aus einem Drittel Liter entrahmter Milch sein? Ja, aber das ist ja auch, das ist ja in der Werbung immer so, hier Krombacher aus Felsquellwasser gebraut. Ja. Und da haben wir mal, da war Beisen jetzt auch dabei, wir haben mal bei Warsteiner eine Brauereibesichtigung gemacht und die besten Labore, Lebensmittellabore in Deutschland haben die Brauereien, weil die haben das Geld und so ein Bier ist ja auch eine etwas empfindliche Herstellung. Und ja, dann natürlich, weil Warsteiner Felddienst und Krombacher, die sind so quasi auf einem Abstand von 20, 30 Kilometer sind die alle zusammen. Ja. Die sauerländischen Biere, auf die mein Alter immer so geschworen hat. Nur die Sauerländer. Und dann habe ich gefragt, sag mal, wo ist denn hier, wo kriegt ihr denn euer Felsquellwasser her und so, ne? Und dann meinte der Leiter vom Labor, ey, das Wasser ist, wir könnten sogar Wasser aus der Kläranlage nehmen. Wir kriegten da, wir wissen genau, was wir tun und wir wissen auch genau, was bei den anderen drin ist. Was bei Bitburger drin ist, was bei Felddienst drin ist, was bei den anderen Bieren so drin ist. Sagt er, wir kriegen, im Labor kriegen wir jedes Bier hin. Das spielt überhaupt keine Rolle. Also da hat die Werbung sich dann komplett aus. Klingt ja auch gut. Du zeigst so einen Bach, so einen klaren Bach und Felsquellwasser. Da kriegst du ja schon Durst, wenn du drüber sprichst. Ja, da fängst du an, Krombacher schon, da sagst du nicht Krombacher, sondern da sagst du nur noch Kron-Baché. Genau, mit einem schönen Breathering dazu. Verstehst du, da bist du schon im französischen Feinschmeckerbereich und ein gutes Glas Kron-Baché. Ja. Herrlich, mit dem besten aus einem Drittliter entramten Domestos. Genau. Da wird aus Schatullen, Else. Gérardin Lafontaine. Wir kommen zu unserer Spotify-Liste. Komm, was hast du denn da wieder für eine Mucke von irgendwelchen längst toten, drittklassigen Top-40-Muckern? So, ich nominiere heute für unsere Spotify-Liste. Danke. Missing You von John Waite. Und hat denn, hat denn, Foreigner, haben die die gecovert oder haben die eine Nummer gleich im Titel? Ich weiß gar nicht, ich weiß überhaupt gar nicht, ich weiß gar nicht, ob Foreigner, ich hasse Foreigner mit all, mit jeder Faser meines Herzens. Ja. Ja. Foreigner hat mich immer immer, weiß ich auch nicht, dieses Foreigner ist fast so schlimm wie Duran Duran und Wild Boys. Was ist mit Spendor und Ballet? Neulich habe ich Wild Boys im Radio gehört und ich musste wirklich anhalten, weil ich vor Wut nicht weiterfahren konnte. ich konnte wirklich vor Wut nicht weiterfahren. dieses Wild Boys Wild Boys Ey. Original. Ey, ich habe, ich war wirklich so wütend, ich musste wirklich anhalten, ich konnte nicht weiterfahren und da habe ich gedacht, ey, dafür müsste man Simon Le Bon noch nachträglich wirklich die Knute laminieren, ey. Ey, da sind wir wirklich mal einer Meinung. Ich finde die Nummer auch Das kann ja eigentlich nicht wahr sein, dass uns der Hass auf diese Nummer wieder vereint. Ja, oder? Wo wir gerade noch getrennte Wege gehen wollten. Für immer! Mit deiner Boshaftigkeit, die du mir heute Mindestens für immer. Ja, du machst das halt fast. Egal, ich will nicht nochmal drauf einsteigen. Nein, Missing You, ich weiß es nicht, ob von vorher, ich kenne nur Missing You von John Waite tatsächlich und es ist einer der Titel, ja, die mich mein ganzes Leben lang begleiten. Ich werde mir den tatsächlich gleich anhören, weil weil sie mich berühren, weil es darum geht, wenn ich das noch sagen darf, dass jemand, dass jemand einer verflossenen Liebe hinterher ruft, ich vermisse dich nicht und alles, was er sagt, natürlich nur eins beweist, dass es ihn wahnsinnig macht, so sehr vermisst er sie. Da werde ich mir gleich hundertprozentig reinziehen. Ich hatte mich nämlich eben nochmal mit den verschiedenen Stufen der Eifersucht beschäftigt und des Liebeskummers und das besprechen wir beim nächsten Mal. Ja, gerne. Und dann wirst du diesen Titel, denn er beschwört einen, am Ende beschwört er nur I ain't missing you at all since you've been gone away. Since you've been I away. I ain't missing you. No matter what I might say. Und alles ist natürlich und wenn ich einen Scheißdach habe, läuft mir spätestens bei, am Ende laufen mir die Tränen runter, weil da habe ich, da komme ich immer in den Bereich, wo ich an meinen Vater denken muss, wo ich immer denke, das ist genauso. Ich habe auch immer, könnte auch mal beschwören, ich vermisse dich nicht, aber es ist natürlich genau das, was ich tue. Ja, ja. Oder mit so einer verflossenen Liebe. Jeder kennt ja diese Stücke, die du auf bestimmte Personen deines Lebens überträgst. Ja, ja. Und abgesehen davon, dass der Typ ein vorzüglicher Sänger ist. Ja. Wirklich später auch mit der Gruppe Bad English noch ein paar veritable Hits gelandet hat. Ja, Wahnsinnsnummer. 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 Und eine der wenigen 80s-Nummern, die ich mir ganz gut angehört habe. Wo ich auch wirklich fand, dass Tina Turner eine vorzügliche Sängerin nichts besser dran gemacht hat. Ja. Nichts besser. Und die einzige Version, wo ich gedacht habe, Alison Krauss, die New-Country-Sängerin, hat das mit ihm nochmal aufgelegt. Aber selbst da habe ich gedacht, nein, na. Stell dir mal vor, man würde alle Songs vom Markt nehmen, wo es um Liebeskummer geht. Ach du Scheibenkleister. Da wäre doch wenigstens die Hälfte der Songs weg, oder? Ja. Und das ist ja eben halt die große Kunst, in einem Song zu singen, ich vermisse dich nicht, und trotzdem mit jeder Faser genau das Gegenteil zu artikulieren oder mit jeder gesungenen Zeile. Ach, herrlich, ja, toll. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. Geil. Ach Gott, I ain't missing you at all. Ja. Ja, von wegen, ich glaub dir, kein Wort. Ach, mein Gott, war das heute wieder emotional. Ich kann das nicht mehr, jede Woche. Das Leben mit dir ist immer eine emotionale Achterbahn der Gefühle. Ich kann das nicht mehr jede Woche bringen. Ein Vorschlag zur Güte. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, werden wir wirklich versuchen, Jahrgangssardinen durch Lecken am Geschlechtstall zu erkennen. Unbedingt. Unbedingt, das müssen wir unbedingt machen. Und wir müssen uns auch mal wieder zusammen aufnehmen, das ist auch dringend mal wieder fällig. Ja. Und dabei einfach ein gutes Gläschen zusammen trinken. Ja. Du verdammter Lauser. Ich habe dich schon so lange nicht mehr in den Arm gehabt. Ich werde dir Chlorix morgens in den Kaffee schütten. Scheiße, nein. Da kannst du nicht mehr vorlesen. Darauf freue ich mich auch schon wieder. Auch wirklich auf das Vorlesen der Biografie tatsächlich. Alle, die bisher Probe gelesen haben, sind restlos begeistert. Ja, ehrlich. Ja. Ja, das freut mich. Ja. Das freut mich wirklich. Wahnsinn. Also, das finde ich sehr schön. Das ist alles sehr vielversprechend. Leute, ich glaube auch, dass man diese Biografie von dir unbedingt lesen sollte. Unbedingt. Das ist richtig. politisch. So. Das ist so emotional. Ich kann nicht mehr. Aber euer Hochwohlgeborenen interessiert dich denn, was ich für einen Titel für die Liste habe? Stimmt. Oh Gott, in dem ganzen Wahnsinn. Es interessiert dich einfach nicht. Doch, es interessiert mich tatsächlich. Es interessiert mich sogar sehr. Los, richtig los. Laber jetzt nicht, rede jetzt. Da ist gleich ein Name dabei, da wirst du abgehen. Und zwar hat in dieser Liste in der Zuschrift, wo es um Dave Grohl ging, waren ja einige Stücke auch aufgeführt. Und da gibt es eine Nummer, die aufgeführt war, die ich rauf und runter, aber rauf und runter jeden Tag, glaube ich, zehnmal gehört habe, mindestens in der Jugend. Und das ist von der Band Sweet Smoke, Just a Poke, aus dem 1970er Album. Und das ist sehr, ich weiß gar nicht, ob man das ohne Kiffen hören kann, auf dem Longplayer, auf dem Vinyl, sind zwei Nummern, einmal Baby Night und Silly Sally und eigentlich gehören die Nummern zusammen. Also eigentlich ist das eine Nummer, die ist 32 Minuten 46 lang. Und allein das Cover, bitte mach dir mal eine Notiz, da guckst du gleich mal das Cover, allein das Cover sagt alles und das ist so progressiv Jazz Fusion Stil und bis hin so zu Psychedelic Rock und das ist, damals wurde ja noch so experimentiert und es gibt so ein Schlagzeug, so ein zehnminütiges Schlagzeug da drin, das wurde so über Phaser laufen gelassen. Das war ja so die Zeit, als man sehr viel experimentiert hat, so mit Sound Effekten und so. Und jetzt kommt's, das war das erste Album, das 1970 von Conny Plank mitentwickelt wurde. Nein! Ja! Und ich wusste mit den Namen hab ich dich. Conny Plank, einer der Pioniere der Studiotechnik und über lange Zeit glaube ich der Name, der, wenn's um so moderne Produktionsmethoden geht, der hatte ja dann selber irgendwann ein Studio gebaut in der Nähe von Köln, da haben wir tatsächlich mal für alles Atze gedreht, in dem Studio. In Weilerswist, ne? Genau, das ist so ein altes Kino, nee, war das ein altes Kino? Ein früherer Bauernhof, so, ne? Ja! In den Stallungen. Und wusstest du eigentlich, dass Conny Plank die Vorgängerband von Kraftwerk produziert hat? Ja. Nämlich? Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt, aber ich weiß, dass er... Und es war auch Planks Idee, auf der Coverrückseite einen Verkehrsleitkegel abzubilden. Ja. Es gibt eine... Der ja später dann immer wieder verwendet wurde. Scheiße, haben wir beide schon mal hier über diese Conny-Plank-Doku gesprochen? Ne, hab ich nie gesehen, hab ich nie gesehen. Ich hab... Der Name klingt noch in mir nach, so aus den 70ern und wir haben eben da in den Plank-Studios mal gedreht, aber ansonsten weiß ich gar nichts darüber. Ja, es gibt so eine Doku und ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob die von Arte war oder vom WDR. Ja. Über Conny Plank eben halt, über... Dass er Kraftwerk produziert hat, dass... Sogar die Scorpions hat er einmal produziert, wusstest du das? Nee, 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 ich hab wirklich... Während er David Bowie zum Beispiel abgewiesen hat. Aber... Genau, er hat David Bowie... Aber Bröselmaschine hat er gemacht, Kran... Ja, natürlich. Hat er produziert... Wie gesagt, ich hab da wenig Ahnung... Zeltinger. Und ich hab dann... Und das war natürlich schon fast die Pointe, damals als wir da gedreht haben, dass ausgerechnet der, der am wenigsten Ahnung von diesem ganzen Conny-Plank-Kosmos hat, dass ausgerechnet der dann plötzlich in den Studios dreht. Das ist sehr witzig, ne? Ja. Wusstest du, ich glaube, Conny-Plank hat sogar die Mike-Krüger-LPs betreut. Ja, auch da. Schlachtzeug-Solo mit Phaser. Wahnsinn. Ich glaube, Mike hat Conny-Plank für die Platte der Nippel angeheuert, damit da tontechnisch alles stimmt. Wenn ich mich recht erinnere. Aber Conny-Plank, liebe Cousinen, forscht im Internet in den Mediatheken nach einer Doku über Conny-Plank, das wird alle Musikbegeisterten werden das lieben. Das ist alles, mein Gott, das ist so emotional. Ich muss jetzt erst mal, ich muss jetzt erst mal, ich muss jetzt erst mal, jetzt trinke ich doch mitten in der Woche mal einen Schluck Sekt. So. Und jetzt guckst du aber wirklich gleich mal das Plattencover an von Sweet Smoke. Wie heißt die Nummer denn nochmal? Sweet Smoke, Just a Poke. Ich glaube, die haben nur diesen einen Player gemacht. Danach sind die alle so verharzt gewesen im Kopf, da ging nichts mehr. Und ich werde mir jetzt mal von Missing You den Text nochmal genüsslich reinziehen, ja? Ja, und so machen wir es hundertprozentig. Tschüss, du verrücktes Huhn. Ja, mach's gut. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.